ja hey willkommen mein name ist an die rb und ich will grüße euch zurück zu let's play tells of per serie in der letzten folge haben wir nicht viel gemacht glaube ich weichten kotzen und weichten kochen und putzen so weichten kotzen und ja gut mal das hat mich jetzt aus der bahn gewacht auf screen was habe ich ausgeben macht ich glaube ich habe 12 level oder so gemacht ein glaube ich so weiß ich keine ahnung guck mal jetzt sicher ich habe ein paar neue sachen glaube ich gekauft ein paar sachen gemeistert und so das ist ja dann müssen wir nicht darauf eingehen oder er kommt damit klar wird ebene von aldina warum habe ich mir eine markierung gemacht bild zu bohringer die habe ich da bekommen nehme ich an ja die ich glaube ich neu bekommen von irgendein wie ich sie sind ein gebiet wobei noch nicht waren und dann habe ich eine expedition expedition übrigens hof wo das redaktischen hat ich glaube ich habe versucht schon einige dinger hier zu kompletieren kann nur insel da habe ich eine schwertkämpfer augenklappe als klamotte bekommen und ja wir tun jetzt versuchen die letzten sachen die ja warte wenn wir schon machen dann die neuesten sind gut und ja wir gehen jetzt einfach mal und machen die story ein bisschen weiter weil das müssen wir ja irgendwann machen wir haben 75 stunden gleich schon gespürt und ich glaube ich bin euch mal der hälfte der story durch da müssen wir ein bisschen ändern deswegen tun wir jetzt hier ein bisschen vollgas geben mit welt habe ich kerber auswelle auf 39 gelernt möchte ich gerade noch sondern da war es eigentlich ein paar sachen gemeistert bin ich überhaupt richtig ja war sachen gemeistert ein paar sachen gekauft glaube ich noch so ein paar neue sachen weil sie jetzt nicht und ja wir gehen jetzt einfach weiter und versuchen die story ein bisschen vorzutreiben sowie dazu ich krieg einfach nicht die stufe 2 mystik hat sind weil ich habe mit einigen charakteren jetzt schon stufe 2 mystikarten die ich noch nie gesehen habe und ich habe mein bestes versucht die markt zu aktivieren ich krieg sie nicht hin das ist ich bin da unmöglich mit so eine 8 treffer kombo machen und dann den mystic art kopf drücken halt also er zwei bleibt mal hier ja das eigentlich alles aber ich kriege nicht hin ich weiß nicht wieso sollte er eigentlich nicht so schwer sein jetzt geht natürlich hin jetzt geht natürlich auf anipenden erinnert darf jetzt einfach nicht wahr sein schatten schreit drin geil hat war das hat einfach nicht wahr sein schatten schreit rennen vermiedene angefangen ok waffen meister habe ich noch mit gehen ja wo ich nicht mehr so viele sachen glaube ich zum lernen haben kann man ja hier locker nachgucken sie wollen nur 1 2 er war noch 1 2 3 4 also ok ja kommt alles mit der zeit ne schaut man diese punkte nicht farben kann so warte mal da war ich noch nicht anscheinend geh weg oh mein gott und wir sind ja ich wollte mich umdrehen gab danke ja geil auch damit das sind dinge um möglichkeit zu richten bei so einem dinge das ding ist ich muss jetzt kämpfen gegen irgendwas und meine hp sind jetzt im eimer aber ich muss einen speichelpunkt finden haben wir meine hp wieder bis zur hälfte aufgefüllt verdammter weg er hat das jetzt nicht wahr sein wird wo ich mit ellenor nicht wahre ellenor irgendwie als dinge okay dann muss ich sie erst mal ein paar mal steuern anscheinend das wird ein spaß 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 warum müssen wir noch mal hin auf der suche nach den nächsten t und naja da war ja was da ist ein ding ins sagen wir so aus wie gesagt ganze aber nur weil es auch eine ist diese riesen wie werden weil waren wie auch immer man ausspricht irgendwie nicht aus wie normale gegner so dass ich will wahrscheinlich da kann ich nix wenn also muss ich da eine gehört habe so hat gefühl ich werde natürlich was auch immer es sein wird nicht klein kriegen können er hatte nur ein verdammt er hat auch zum beispiel stufe zwei dingens ich habe das gefühl ich weiß wie man das hinkriegen könnte man müsste irgendwie angreifen und da mittendrin seelenbrecher einsetzen damit die combo irgendwie fortgesetzt wird oder irgendwie soweit und nein hier ist es unnötig kompliziert dafür dann eigentlich nur eine acht treffer kombo sein muss das dürfte eigentlich nicht so schwer sein sagen wir wissen alle voll ab hier wieder so wir gehen dann essen glaube ich gleich aus ok das gebiet wieder ich habe glaube ich noch nicht alles hier bekommen von den gegnern soll es 50 stunden in diesem spiel und ich bin noch nicht so weit in der story machen wir irgendwie sorgen das ist ein speichert und geil ok das ist nur dieses eine gebiet hier das sieht ja so tats of xylia mäßig aus weil es da hinten der truhe stimmt die sollte ich vielleicht mal alle einsam tun wir ja noch ein bisschen machen wir jetzt einfach nein wir dieses gebiet komplett zerstört und ich kann ja nicht mehr irgendwann untersuchen diese eine dieses eine dorf wo die dämonen fest ausgebrochen ist oder nebo bosheit entstanden ist wir wissen jetzt den wagengrund da kann ich ja wahrscheinlich auch nicht mehr hin also wahrscheinlich kann ich da bestimmt irgendwann mal wieder hin aber nicht mehr freundlich gesund nehme ich jetzt mal an und wir können aber gucken was dieses nicht so langsam soll hat man wird die liegen aufeinander ja daneben nicht so ihr schon der zweite mystik art habe aber ich habe keine boah ich denke ganz ich drücke hier als zwei blöde ich habe jetzt hier keine mystik art 1 ich habe keine nämlich genug punkte merkt gerade da hat sich ja so tats of xylia mäßig aus eine große graslandschaft und aber garten grafik habe ich gesehen ja ich sehe sowas muss hat sofort herauspicken damit damit mit ihr auch alle das mitbekommen wenn man merkt was getan ich reduziere die intelligenz meiner zuschauer aber ich habe keine dinge da du hast jetzt vier gut warte mal würde ich mich mit ihm noch mal angreifen hier nochmal angreifen schon mal ich meine die sie angeboten stimmt irgendwie durchs halbe kampffeld war habe ich sorge für und jetzt einfach eine müßige ein müsste karte aufgestiegenen engel da gibt es auch nicht alle acht treffer ich habe auch die kombo weiter gemacht er ist so unnötig kompliziert gemacht bürger der bürger aber kann man kann die nicht einfach aktiviert werden wenn man vier dinge hat ganz einfach man hat vier dinge man drückt als zwei bogen level zwei mystik art ja okay das ist ein bisschen doof wenn man dann trotzdem die erste einsetzen bilder war komm schon gehen kann man da was machen dagegen gibt es aber von ratio fahren oder so das ist wenn irgendwie mystik art singe die programmieren die dinge da hier ein damit sie gesehen werden wollen warum tun die an so abstrakte sachen irgendwie erfinden mit einer katztruhe mit denen man die aktivieren muss genau wie ein test symphonie hat zwei erlaufen ist ab und hat zehn prozent kp brüste genau diese waffe aus und setzt diese art ein während du irgendwie vier knöpfe auf einmal drückt und dann vielleicht können diese müsste gerade eingesetzt werden wenn ich so dämlich jetzt auf da bist genau gleiche ich mal so extrem schlimm ja konnten die zweiten mystik art erst nach einem einmal durchspielen irgendwie freigeschalten werden wir machten so was leute programmiert die dinge rein damit die gesehen werden wollen warum tut er hat dann so komisch machen kann ich mich dahin teleportieren naja muss ich ihn ganz weg gleich zurücklaufen nein verdammt also telser wechsel ja und es ist fd haben irgendwie besser gemacht mit dem mystik art ich glaube ich nur jeder eine eine an setzt eine bestimmte art ein und dann drückt als zwei jäser damit kann man da auch irgendwie eine mystik art einleiten reicht doch vollkommen welt sparen armreif ich weiß ich nicht habe ich den ding ins reisen hat einmal werden noch mal haben und hallo wird noch mal armreife reisen meine güte achten der waffe ist das war da hatte ich noch nicht gut kann ich so ausrüsten gerade weil okay das wäre so ein blöder effekt wird wenn ich so eine person die sich über jeden mist ja aufregt aber so ein paar sachen auch in japanischen rollenspielen mein lieblingsgenre gibt es ziemlich aufregen und ich gehe mal in den kampf frei hin und raus damit ich das ding eine erinnerung habe obwohl wenn ich hier okay das ding ist jetzt rot markiert also wenn ich das jetzt nicht vergessen nämlich an er ist auf den karten markiert weil ich irgendwie so eine platz zieht oder wenn titel rüber bekommen habe irgendwann mal ich war noch auf die erste mimik truhe kommen schon muss ergeben in dem spiel die gehen wir haben voll viele ausrüstungserfahrungspunkte oder wie auch immer man hat nennt oder sogar für teuer ab wir können wir ja nur drei ton für er ist noch einer ich habe schon geöffnet ja schon mehr so lange her so fünf minuten also maximum von meinen gehirn wird diesmal habe ich gewusst dann gehen kann nur irgendwie fünf minuten speichern und danach macht es wieder ein ding und sie ja wieder mal hat beim pc ja wenn früheren ding ist hier wieder herstellung system wieder herstellung ja ich finde die letzten ton ich habe jetzt auch keinen bock auf die jagd hier noch ein paar drohen also und lassen wir hat wir können trotzdem mal hinkommen vielleicht finden wir da irgendwie ein ultimative waffe oder irgendwie sowas die uns helfen könnte na ihr müsst auch mal an sowas denken leute zerstören oder zerstören zerstören ich habe zwar habe ich das nicht gesagt heute als ich was da muss natürlich gesagt werden sonst funktioniert es nicht das wie ein def not design typ hier aber wenn der die ganze zeit kill 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 sagt wenn der irgendwas ist der flot rein schreibt mir glaube ich nicht müsste ich eigentlich wissen dass einer meiner lieblings an der mese die ganze zeit weil sie nicht den voll einen abgepfänden irgendwie namen da einschreibt es soll ich noch mal also egal der ist gestört also macht dann eine trophäte mir noch ich weiß nicht wo die ist 3000 galt geil ich habe 4.000 gut so richtigen geld schwimmt tue ich eigentlich nie habe ich so hat gefühl weil ich habe immer genug und das ist das was zählt da wir gehen jetzt da hoch zum gipfel machen die story weiter weil das ist ja ein rollenspiel gibt es eine story und 75 stunden schon im spiel alles als von offscreen level und so ausrüstung hochleveln und also was und als andere random zeug was ich ja noch mache sage ich mal 75 stunden schon viel weiter sein weil so war eine verteidigung ich spiele auf dem haubert höchsten schwierigkeitsgrad der mir gerade zur verfügung steht also aber ich muss mich ein bisschen vorbereiten sonst geht das ja nicht ich versuche jetzt auch mal ein bisschen regelmäßiger wieder parts hochzuladen paar sachen weil sie nicht war ein bisschen hektisch in letzter zeit neue arbeit neue neue rhythmus und also was und da musste mich hier die letzte tor ich erst mal wieder ein ein bisschen einfinden und ich habe genug regelt sich hoffentlich aber ja irgendwann wieder ein so wir gehen jetzt weiter ich sollte vielleicht ich spreche mal anstelle kann da alles passieren gibt jetzt so eine funktion wo man irgendwie einstellen kann hat die videos zum bestimmten zeitpunkt hochgeladen werden also kann ich das auch machen so was ist hier oben hier ist was grünes kann denn das musik hört auf du lässt mich doch jetzt an den stern vorbeilaufen und dass eine katzen getriggert wird oder ja sehr gefährlich da hinten aus sein der königs felsen mal zwei warum das sound überhaupt alles richtig ist so gefühl nicht jetzt viel zu leise und ich bin viel zu laut ich habe ein bisschen am liebten Ja, das stimmt. Es gibt auch eine Art von den Schmerzen der Schmerzen. Was diese Schmerzen? Das ist eine Art von Menschen, wie ein Zuboh. Sie sehen, dass die Zuboh und die Zubohre wird. Haha, das ist ein Schmerzen, aber es ist vielleicht ein ähnliches. Das ist das, was wir verloren haben. Ähm. Ja, ne? Ja, ne? Okay. Okay. Wenn wir uns noch die Tore da und dann gucken wir mal, was hier kommt. Wahrscheinlich ein Kampf, ne? Gott, was für eine Kreatur, was für ein Wesen. Erwartet uns hier. Ähm. Äh. Ähm. Äh. Äh. Das wird mir jetzt nicht echt sagen, dass du jetzt hier ein auf Stimme von Vernunft machen mario das ist jetzt ein bisschen zu spät also sind wir ja ganz umsonst hingelaufen geil danke gut gemacht laff ist der größte ironie weil er der kleid ist er springen von dem berg unter bräuchte ja knie was weiß ich warum müssen wir jetzt sind wir müssen jetzt wir ich habe den namen gehört wobei müssen aber wir müssen hier durch die ganze ecke noch rum latschen merke ich gerade haben wir irgendwann mal wieder nach heller bis zurückgehen weil ich habe dann den nebenquest diesem heilmittel gehen wir weiter weil sie nicht zwei minuten der story gesehen ist zu wenig das reicht uns nicht und wenn wir jetzt weiter zwei wege wo er lang gehen können super welchen gehen wir lang ich weiß nicht welcher davon der dinge ist nur zu einem dorf stein bergen östlichen ebene ohne also rechts ohne ja wenn ich habe genug gekämpft war meine nase wobei ich die ganze zeit beim plop schutz zähne ankomme ja ja es ist nicht gut okay da lang da wo der jetzt schon serie und sagen wo der mini boss ist weil da kann man jetzt auch lange also ich nehme an die beiden wege für die dahin aber gehen wir mal zu den ort wo man nicht hingehen sollen als erste regel in rollenspiel immer ist dahingehend wo man nicht hingehen soll aber ich habe mich nur kurz am kopf gekannt versuch mal diese regel den final fans die 15 da gibt es nur nebenquests haben wir die hauptstorie machst du ein bisschen voll überpowered wenn ich voll kacke ich auch gerade aktiv am spielen ich komme ich auch irgendwie nicht dazu weiter zu spielen aber mag ich das spiel eigentlich komischerweise so ach ha 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 und da sind schon wieder ein ort wo man noch nicht fahren war ein gegen können und eigentlich ist doch nicht weiter waren aber ich werde hier neben quest wieder eingestellt war das ding hat mich echt gesagt jetzt ein bisschen erschreckt werden wir jetzt zwei dinge abgezogen ich wollte gerade meine dinge jetzt hat sie überhaupt eine zweite mystik art bumbum von entsorger ja diese jetzt auf davis fähigkeit nein ich wollte dreck mein gott wer hat wer war das wer hat mir diese dinge abgezogen diese war angewöhnt wie angefeinds jetzt nicht seltener einsätze noch tut es übrig nein das gibt es doch nicht ich will die mystik art aktiviert 66 treffer davon willst du mir ganz mir noch nicht sagen dass acht davon nicht von mir waren es gibt es da einfach nicht ein meister steuer neue klamotten die damenwelt der nix maximal kp ja magilow du hast noch du hast auch noch mal neben du wollte sowieso ergeben ein meister scheide passt dann doch zu ihr am besten ich wollte da verdammt ich will erstmal dahin gehen da ist die truhe ich hab's gewusst sie nannte mich verrückt da wird mich noch mein leben lang ja aufregen aber ein leben lang wenn meine urenkel nur davon erzählen wie ich die zweiten mystik art aktivieren konnte jetzt auf serie wird dann bis dahin ausgestorben ja ne video spiele die werden ausgestorben das große loch in dem boden was von dem menschheit auch höhle genannt werden jetzt kann ich hier nicht durch sein heimstand für mächtigen monen das bild ist verboten warum lässt er mich überhaupt hier reingehen wenn ich sowieso nicht hier reingehen kann ich spucke auf euch er spuckt auf euch dann bin ich in der katz ihn angeschossen wir sind eben sei da muss keiner verstehen von kollegen ja okay jetzt gleich trotzdem kollegen und ich als wir star wars die ort republic gespielt haben privat weil wir noch nicht aufnehmen konnten da war so ein typ der jetzt irgendwie so hochnäsig von sich irgendwie geredet ich spucke auf euch weil ich hätte damals noch eine etwas ein etwas beschissen ein pc deswegen so hier und da mal so einen kleinen bug gehabt und weil sie nicht in der cutscene wurde irgendwie mein charakter bei beide charaktere konnten in der cutscene angezeigt werden und so und konnten auch in der cutscene interagieren in dem spiel und ja mein charakter wurde irgendwie schon in der cutscene angeschossen wird eigentlich nicht normal ist man sieht irgendwie nur so wie eine gruppe irgendwie auf unsere charaktere losgehen dann sieht man einfach nur so schüsse auf meinen charakter losgehen und nicht direkt natürlich so und ja muss man nicht verstehen aber war witzig mein gott dadurch mal auf das ist so das ist so viel geiles zeug passiert warum hatte ich nicht damals schon einen geilen pc jetzt ganz schön elders quads online und so aufnehmen dann sieht man nur irgendwie blöd getanzt und also hat unseren beiden charakteren anderes respektlos zeug ich mache gerade eigenwärmung für eine meine andere projekte online zwei idioten spielen die das kurz online ist aber einschauen jeden sonntag um 20 uhr ja genug eigenwerbung 28 minuten jetzt drin so weit guckt sich sowieso niemand das video an also alles teiler also ich kann ja schon wieder sagen weil ich will hört sowieso niemand hier ich habe den größten penis aller zeiten schreibt das in den kommentaren um zu beweisen dass ihr bisher hingegen geguckt habt ansonsten nehme ich einfach mal an es hat niemand geguckt gut wir haben zwar nur zwei minuten aber wir gehen jetzt mal da rein wahrscheinlich kommt es jetzt zehn stunden lange cut sehen und ich kann jetzt keinen vernünftigen schnitt machen aber was soll es meine expedition ist auch noch nicht okay von drei sekunden oder verdammter dreck wenn jetzt noch zwei minuten lang gewesen wäre ich den perfekten grund gehabt aber ist ja ein dorf also irgendjemand mag mich da oben manchmal wohl da mal eben hier ein schnitt nachdem wir ein paar sekunden auf die dinge uns gewartet haben auf die expedition war wie geht es euch denn so also mir ist ja heute was sehr tolles passiert natürlich direkt mal erzählen und zwar die expedition ist zurück bumm warte mal ja schatz gefunden purpurner kristall zentren sind die rätsel für gesellschaft die energie unserer dimension und einen anringen gleichgewicht halten soll das kommt mir bekannt vor da ist von symphonia 2 ne schüler des segels typo insel dieser geformt wie typo willst mich auf den arm nehmen badmose was wo ich habe alles hier geil die verboten insel wird sich eine barriere namens schiss mal gespalten ihre bewohner lieben alles rosa haben da wird sie oft auch die insel des rosa fans genannt ehrlich anspielungen an tels of excel jahre excel jahre 2 ich glaube da ist das erst entstanden den rosa fan epic jesus epic center des grüßen da muss ich sagen ich bin dem part hier und wir sehen uns in der nächsten folge wieder von das play das sieht irgendwie komisch aus dieser berg weil es bleibt hält auf der serie ja ich bleibe mich ein herzlich für zuschauen mit mich freuen wenn ja ein gleich ein abo oder ein kommentar hinterlassen wir sehen was er nicht vor wird